So, wahrscheinlich ist das letzte Video, was wir starten. Das wird uns jetzt wahrscheinlich irgendwann von Fraps einfach selbst beendet. What the fuck? Alter Schwede. Äh, kann ich drauf stehen? Nee. Geile Musik. Komm mal her, mein Freund. Geile Musik. Richtig geile Musik. Oh, Hilfe. Ja, haha. Epische Scheiße. Ist auch wieder Musik aus Cool or Cool, übrigens. Ah. Oh, okay, ich muss mal da irgendwie aufpassen, dass ich hier irgendwas finde zum Werfen. Das wär cool. Das wirst du nicht bekommen. Ich denk mal auch, aber es wär cool. So. Oh, oh, komm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh. Oh. Nein. Jetzt ist einfach durchrennen. Alter. Junge hier. So. Konnen? Mhm. Okay. Ich war mir nochmal sicher gehen, dass du noch da bist. Ich, ich bin noch da. Habe ich was verpasst? Äh, ja, war gerade ein ziemlich knapper Sprung. Ist egal. Ich glaube, ich hatte kurz die Augen zu. Ja, ist okay. Um Gottes Willen, ey. Ich hasse doch die Viecher. So, jetzt. Zack. Gut. Die sind aber ganz schön doof. Ja, die sind relativ doof. Das ist gut. Voll auf dem Kopf gelandet. War da was? Ach Gott. Und weiter. Alter. Get it. Oh. Ja, da ist er weg. Sehr gut. Das wäre cool, wenn es jetzt in so ein Raumschiff reinginge. Ah, da haben wir das Leben. Das wäre cool, wenn das Level mal zu Ende wäre, oder? Ah, Quatsch. Das Level ist schön. Es macht Spaß, das Level. Noch ein Leben. Sehr gut. Die Musik ist richtig gut. Die Musik ist genial. Ja, dann viel Spaß im Raumschiff. Wer bist du denn? Es ist dieser Kerl, der zwei Leben hat nur, glaube ich. Von daher, ja. Tatsache. Dieser komische Hammerbruder eigentlich. Tatsache. Sehr schön. Sauber, sauber. Aber cooles Level, ohne Mist. War zu. Castle 8. So, jetzt ist die Frage, ob du das Level schaffst. Aber dieses Level, das ist schon immer... Ich kenne das nur aus Let's Plays, aber... Äh, also bei Donkey Kong Country 2, meinst du es? Meine Herren. Das ist bei DKC 2 schon immer ziemlich blöd anzuschauen. Also da verkacken echt alle. Ja, aber einfach nur, weil... Wegen... Zeugs. Weil wegen Zeugs, ja. Wegen Zeugs. Nein. Nein. Weil man ja nicht weiß, was kommt. Ja, das ist hart. Das ist echt nicht leicht. Ja, das war jetzt erst mal der letzte Versuch für das Level. Ich habe auf das Level gerade keine Lust mehr. Soll ich's machen? Wenn du willst, aber du hast ja gesagt, du kannst es nicht. Ich kann das gar nicht, aber... Wie du willst, mir ist es egal. Ja, mach ich das gerade. Es sei denn, du willst es machen. Nee, ich bin jetzt nicht so... Oh Gott, nein. Das ist so ein Aufzuchsscheiß, irgendwas von wegen. Das ist doch langweilig. Ohne Mist, das ist blöd. Ausgelutschtes Gimmick. Schauen wir mal. Auch wenn ich das so jetzt noch nicht kenne, aber trotzdem, ich hasse sowas. Ob du nicht doch gleich in Bedrängnis kommst. Ja, das ist ja klar. Ich werde wahrscheinlich 20 Mal sterben, aber... Darum geht's ja nicht. So viel Leben hast du gar nicht. Ja, noch nicht. Äh, äh. Oh, hohoho. Junge, 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 Junge. Ich werde wahrscheinlich wirklich gleich 20 Mal sterben. Und Reiner. Es könnte jetzt mal mit dem Power abkommen. Fände ich so ein bisschen nett. Auch nur so ein bisschen. Hätte was, ja. Alter. Was ist das mal hin? Oh Gott. Hast ja gleich geschafft, bestimmt. Ja, das sagt man jetzt noch. Oh Gott. Nur noch der ein bisschen hin und her schaukeln. Ja, voll. Weiter. Jawoll. Und? Midway. HÄS? Was kommt da jetzt? Ach, kommt da. Ach so. Alter. Ich habe auch die Stacheln da gar nicht gesehen. Was ist das denn? Mehr als gemein. Und es gibt scheinbar echt keine Power-Up, sondern Midway-Points hier. Nicht schon wieder. Na, es scheint spaßig zu werden. Vielleicht mal wenigstens ein Midway-Point vorm Boss. Ja, ganz nett. Du, 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 du. Ja, hier kannst du erst mal eine Weile stehen bleiben, habe ich den Eindruck. Ja. Bisschen nach links und rechts. Sollte nicht so schwer werden, aber ich hätte nicht mein Power-Up direkt am Anfang verlieren dürfen. Nee, das wäre... Ich habe die Stachel da echt nicht gesehen. Ganz gesund gewesen. Egal. Okay, jetzt rüber. Echt spannend. Da kommt die Tür. Ist das... War das leicht, oder was? Das war schon fast zu leicht. Pass auf, dass die nicht abhaut. Okay. Na, das wäre es. Oh, nee. Oh, nein. Den kann ich überhaupt nicht. Ich kann den nicht. Oh, komm. Ich hasse diesen Boss ohne Wiss, denn... Der ist bekannt wie sonst was. Ich hasse ihn. Boah, das wieder ohne Safe... Dings zwischendrin. Aber eigentlich ist es gut geschaffbar. Ich bleib bei meinem Level. Jetzt doch. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ach. So, hier kam das jetzt irgendwo gleich so ein Blöder, wo ich dagegen gehupft bin. Ja, da. Genau da an der Stelle. Das ist das letzte Mal. Ja, das ist Mist. So, nochmal. Jetzt wieder den ganzen Kack angucken, ey. Wenn ich gleich nicht mehr reagiere, bin ich eingeschlafen. Ja, verständlich. Gleich geht auch Fraps nicht mehr. Also besser gesagt, es reagiert und macht Ende. Stimmt, ja. Geh ich, jetzt macht man aus. Aber ich kann mir... Könnte auch demnächst passieren. Oh, ich leh mich mal einen Moment zurück. Das ist so ein Scheiß, Neville, wir... Also ich möchte die Zuschauer nur noch mal kurz auf die Uhrzeit hinweisen. So ein bisschen. Die... Wir spielen jetzt seit... Fünf Stunden. Fünf Stunden. Al... Ach, Gott! Man, nicht nötig, ey. Das war so unnötig. Ach, Gott, 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 Gott. Die beiden Level, die machen jetzt auch gerade echt... Die versauen einem so richtig die Lust. Also ich habe auf beide jetzt gerade relativ wenig Bock. Verständlich. Das war skill. Das war richtig skillig, ey. Das nennt man eher Glück. Ja, ähm... Aber ich bezeichne es auch gerne als skill, okay. Jetzt kommt wieder der Kollege. Und der... Oh! Der, 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 der... Oh! Freulich! Oh, saugnach! Also jetzt... Ich wünsche mir jetzt echt von Fraps, dass es jetzt mal langsam hier... ...ne Riegel... Ja. Da den Riegel vorschiebt. Genau. Boah, aber ich finde es so unnötig, dass man das immer wieder machen muss, einfach. Ich hoffe, dass wenigstens... Ah, ne, Quatsch, vom Boss kam ja nichts. Ne, eben. Nichts. Du musst immer wieder die ganzen Aufzugdinger machen. Die sind so langweilig. Warum hat er denn da keine Save-Points? Oh, hier hätte er mal einen machen wollen, richtig. Aber die Musik ist wieder cool. Das ist das schöne hier, leider. Aber stehen bleiben? So, wie war das jetzt hier? So. Nein! Mann, scheiße. So. So. Das ist echt langweilig. Hm. So. Jetzt hier mal einen lang. Nochmal den Kumpel. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch, ne? Kriege ich erstmal einen Power... Ah, gut. Den. Power abholen. Will ich gleich wieder verlieren, am besten. Ah. So, jetzt bleibst du einfach hier wieder. Boah, jetzt brauche ich bei der Vorspultaste einfach. Ich kann ja wieder vorspulen. Nee. Ah, mal Zeit, sich ein bisschen zu räkeln hier. Und kurz vorm Boss steigt dein Frems aus. Ja. Oh, jetzt pass auf. Jetzt kommt die ultimative Herausforderung. Ich muss einen Block nach rechts gehen. Ach, ja, schön. Oh. Ist schon weniger spannend. Ich weiß. Oh Gott. Das war jetzt die Challenge. Das war jetzt die Challenge. Rechtseitiges Reagieren war gefordert. So, jetzt hast du gucken, weil jetzt hast du sogar ne Tür bei dem Boss. Äh, ein Pilz. Pau ab. Ja. Wenn ich's nicht noch verliere. Aber nee, schaffe ich nicht. Schade. Ja, gut. Den sollt jetzt machen. Oh, ich will gerne einen Save-Set setzen, bitte. Was wir assen. Guck mal, vielleicht kannst du den immer wieder verhindern, dass er wirft. Habe ich damals schon versucht. Geht nicht. Das so. Ich hasse diesen Boss. Ohne Witz. Was? Man! Ich habe keine Lust auf den Kack nochmal. Das ist doch scheiße. Hätte jetzt echt mal klappen können. Dann gehe ich mal rein. Ja, danke. Dieser blöde Kack. Aus welchem Spiel ist das Cave Story? Äh. Ich glaube, es ist Punkt 5 Uhr. Ui. Bei mir ist es Punkt 5 Uhr 1 und 10 Sekunden. Oh mein Gott, nein! So, einfach mal beide Power-Ups behalten, wäre doch auch nicht toll. Das war blöd von mir. Das eine hätte ich echt nicht verlieren müssen. Boah, mir hört es hier die Augen zu, alter. Sich zurückzulehnen. Na, dann lehn dich mal zurück. Äh. Äh, äh, äh. Ach. Fail. Ist egal. Du, 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 du. Du, 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 du. Ah. Ja, genau. Und da habe ich meinen Power-Up verloren. Ja, sehr schön. Das heißt, jetzt ist eigentlich fast gar kein Problem. Da hast du vor allem dein Leben verloren. Was? Bei dem habe ich es verloren? Vorhin hast du hier dein Leben. Na, jetzt habe ich die verpasst. Achso, ja, vorhin habe ich es ja, weil ich da eingequetscht wurde, richtig. Richtig. Das war eigentlich die einzig ein bisschen schwere Stelle da. Stimmt. Und der ist jetzt auch schon durch. Von daher. Jetzt kommt nur noch der richtig spannende andere Teil. Du musst dir noch nicht mal die Yoshi-Coin holen. Das heißt, du hast die Challenge da. Boah, fremst halt bitte einfach jetzt noch so lang durch. Das wäre ganz toll. Ja, das wäre cool. Lass auf den linken Block gehen. Ja, das ist, boah, das ist Hardcore. Ich könnte ja Risikospieler kurz zum Kühlschrank gehen. Nee, ach, Quatsch. Quatsch, natürlich. Das machen, wenn die Tür unten ist. Ja. Nee, dann hast du ja was, was du machen kannst, eigentlich. Stimmt. Du musst jetzt ein Stück nach rechts gehen, oh mein Gott. Also bei dem Level weiß ich nicht, was er sich da gedacht hat. Hat er gedacht, hey, Castle 8. Du musst jetzt rüber gehen. Oh, meine Nerven. Alter. Frebs, bitte noch einen Moment. Ich hau jetzt den Boss kurz weg und dann darfst du das hier... Ja, das wäre genau richtig. Das wäre jetzt schön, schaffen wir aber eh nicht. Doch, doch. Mit zwei Power-Ups schaffst du den. Du musst erst mal zu ihm hingehen, dann wird er so ein bisschen... Achso. Jetzt noch nicht drauf springen, jetzt darfst du noch nicht. Die doofen pflanzen da auch, ey. Ich hasse sie. Einfach immer ein Spinjam machen, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, sehr schön, Conan. Sehr schön. Siehst du, mit zwei Power-Ups ist ja echt nicht so schwer. Oh. Welt 9. Ah ja, letzte Welt, klar, logisch. Cooles Ding, cooles Ding. Okay. Und Donkey Kong Musik. Und Schluss. Jo. Abgekommen oder ist Ende? Hm? Hat er schon abgeworfen oder was? Nee, nee, ich sag jetzt Schluss. Achso, ich wollte gerade sagen. Hat noch nie abgebrochen, deswegen. Dankeschön fürs Zuschauen. Jo. Und beim nächsten Mal dann... Der Anfang von Welt 9. Peace. Tschüss.